In dieser Aufgabe schauen wir uns mal ein chirales Molekül ein, für das wir eine asymmetrische Synthesestrategie entwerfen sollen. Das heißt, überlegen Sie sich mal, wo sind hier die Herausforderungen in dem Molekül, was für Werkzeuge haben Sie in Ihrem Werkzeugkasten, um die anzugehen, und in welcher Reihenfolge setzen Sie die Werkzeuge am besten ein. Ich bin wie immer gleich mit der Lösung für Sie da. Werfen wir mal einen etwas näheren Blick auf dieses Molekül. Was wir hier haben, ist ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ring. Das ist erstmal eine Ringgröße, die sich nicht so ohne weiteres leicht synthetisieren lässt, denn wir haben auf der einen Seite einen relativ großen Ring, das heißt, wir müssen eine relativ hohe Aktivierungsentropie überwinden, damit sich der Ring bildet. Und das ist der Grund, warum Ringe, die, ich sag mal, größer sind als 6 Ringe, sich nicht ganz so leicht machen. Jetzt ist 7 noch nicht so unglaublich schwierig, aber das ist schon mal eine Herausforderung, die wir festhalten müssen. Also wir haben einen 7 Ring. Was haben wir noch? Wir haben ein freies Amin hier. Also hier oben sehen Sie den Stickstoff, freie Amine. Die haben den Nachteil, dass sie besonders basisch sind. Schließlich haben wir hier ein freies Elektronenpaar, das heißt, wahrscheinlich müssen wir das Ding irgendwie schützen oder anderweitig ausknitzen. Was haben wir noch für eine Herausforderung? Naja, wir haben hier natürlich ein Stereozentrum, das wir irgendwie machen müssen. Und hier unten, an der Stelle, haben wir noch eine Herausforderung. Wir haben ein Z-Alken, das wir in irgendeiner Art und Weise auch in entsprechender Selektivität machen müssen. Und da überlegen wir uns mal, wie gehen wir die ganzen Dinge nacheinander an. Fangen wir vielleicht erst mal damit an, bei dem, was viele wohl als am schwierigsten ansehen werden, nämlich der Frage, wie machen wir denn am leichtesten dieses Stereozentrum? Und da lassen Sie uns doch einfach mal in den Werkzeugkasten gucken, den wir diesbezüglich kennengelernt haben. Wir haben zwei grundsätzliche Werkzeuge kennengelernt, um, ich sag mal, einzelne Stereozentren zu machen, die weit und breit nichts anderes in der Gegend haben. Und das ist zum Beispiel die asymmetrische Hydrierung mit chiralen Metallkomplexen. Damit kann ich CC- oder CX-Bindungen hydrieren. Das heißt, ich mache aus einem flachen SP2-hybridisierten System ein dreidimensionales SP3-hybridisiertes System. Und je nachdem, was für Reste da dran hängen, neue Stereozentren. Das Problem bei diesen Hydrierungsreaktionen ist, dass die chiralen Metallkomplexe, die da eingesetzt werden, ja nicht ganz so gut planbar sind wie andere Reaktionen. Also chirale Katalyse ist jetzt durchaus auch kein brandneues Feld mehr. Das heißt, da gibt es durchaus Reagenzien, mit denen man das zuverlässig machen kann. Aber gerade was die Hydrierungen angeht, da ist es meistens mal ein bisschen viel ausprobieren. Das heißt, das wäre eine super Strategie für eine prozesschemische Synthese. Das heißt, wenn ich viel von einem Molekül machen möchte, dann wäre so eine asymmetrische Hydrierung mit einem chiralen Liganden eine super Sache. Oder, wenn Sie sich ganz fancy fühlen, 2021 Nobelpreis für Organokatalyse. Ja, das wäre natürlich noch besser. Was ein bisschen besser vorhersagbar ist, ist die sogenannte CBS-Reduktion. Da haben wir einen schönen Übergangszustand kennengelernt oder ein schönes Übergangszustandsmodell für kennengelernt. Was wir damit machen können, ist, dass wir Carbonylgruppen, also im Prinzip auch eine Art von CX-Bindung, reduzieren können mit einem chiralen Bronsäureester-Derivat hier. Das quasi auch als eine Art Organokatalysator eingesetzt werden kann, um diese Reduktion hier mit dem Boran zu dem sekundären Alkohol hier und damit dem neuen Stereozentrum an dieser Stelle, dass wir das auf diese Weise steuern können. Jetzt können wir uns ja mal überlegen, wäre das was, was wir hier einsetzen können? Naja, das Stereozentrum, das wir hier haben, das sitzt leider nicht an dem Kohlenstoffatom mit der funktionellen Gruppe, sondern es sitzt daneben. Denn auch bei den Stereozentren, da ist es sinnvoll, wie immer orientieren Sie sich an den funktionellen Gruppen im Molekül. Und das hier ist quasi das Stereozentrum direkt neben dem Kohlenstoffatom mit der funktionellen Gruppe. Also gucken wir mal, was haben wir noch für Möglichkeiten kennengelernt? Wir haben ja auch Möglichkeiten kennengelernt, neue Stereozentren unter Ausbildung einer CC-Bindung zu machen. Und da haben wir zum Beispiel unter anderem die sogenannte Rausch-Alylierung kennengelernt. Die Rausch-Alylierung ist im Prinzip sowas wie die Addition von, ich sag mal, einem chiralen Alyl-Grignard an eine Carbonyl-Gruppe. Jetzt gibt es natürlich keinen chiralen Alyl-Grignard, aber es gibt diesen chiralen Alyl-Buronsäureester, der mit ein bisschen NaOH ähnlich reagiert. Und der es zulässt, dass ich hier unter Ausbildung eines neuen Stereozentrums aus dem Aldild einen sekundären Alkohol mache. Das Schöne an der Rausch-Alylierung ist natürlich, dass ich hier die 3- und die 4-Positionen weiter funktionalisieren kann. Denn da habe ich einen Alkän und mit einem Alkän kann ich alles Mögliche machen. Das kann ich hydroborieren, ich kann eine Oxymerkurierung machen, ich kann damit eine Ozonolyse machen, alles Mögliche kann ich damit machen. Also deshalb eine sehr wertvolle Reaktion, die wir da kennengelernt haben. Aber das neue Stereozentrum, was wir damit erzeugen, ist an dem Kohlenstoffatom mit der funktionellen Gruppe. Man kann natürlich auch überlegen, eine Rausch-Alylierung mit einem Substrat zu machen, das hier noch eine Methylgruppe hat. Auch dann könnte man da zum Beispiel so ein Stereozentrum aufbauen, aber man würde zwei Stereozentren auf einmal aufbauen. Müssen wir überlegen, ob das hier vielleicht nicht was Besseres gibt. Und da bietet sich vielleicht das nächste an, denn als nächstes haben wir das sogenannte Evans-Auxiliar kennengelernt. Und während wir hier bei der Rausch-Alylierung quasi eine Addition von einem Nukleophil an einen A1-Akzeptor haben, haben wir mit dem Evans-Auxiliar die Möglichkeit, so eine Art chirales D2-Synthon zu erschaffen. Und das ist natürlich besonders interessant, denn da kann ich durch Alkülierung hier wunderbar in der Alpha-Position ein Stereozentrum ausbauen. Das heißt, das wäre etwas, was ich hierfür super anbieten würde. Nur nochmal zur Vervollständigung Ihres Baukastens, damit Sie den auf dem Schirm haben. Wir haben auch noch quasi ein paar Methoden kennengelernt, um 1,2, 1,3, 1,4 Systeme zu machen. Stichwort bifunktionale Schnitte. Wenn man zwei funktionelle Gruppen im Molekül hat, ist es natürlich sinnvoll, die gleichzeitig zu betrachten. Für 1,2 Systeme haben wir da die Addition an die CC-Doppelbindungen kennengelernt. Unter Ausbildung zum Beispiel eines Diols, Stichwort Scharples-Bishydroxylierung. Auch das ist natürlich im Prinzip eine katalytische Methode. Aber das Schöne an der Scharples-Bishydroxylierung ist, da gibt es so eine schöne Heuristik, wie man vorhersagen kann, welchen Liganden man einsetzen muss oder welchen Mix man einsetzen muss, um entweder das eine oder das andere Diol zu erhalten. Und wenn ich ein Diol habe, kann ich aus dem Diol natürlich auch ohne weiteres ein Epoxid machen. Und das Schöne ist, das Epoxid ist ein Chiralis-A2-Reagenz. Das heißt, wir haben sowohl ein Chiralis-D2- als auch ein Chiralis-A2-Reagenz. Das ist auch eine schöne Sache. Das heißt, damit können wir auch größere Systeme machen. 1,3 Systeme, da ist der Klassiker die Evans-Aldol-Reaktion. Das heißt, ich setze unser Evans-Auxiliar hier an dieses Propionat hier dran und kann damit dann eine Aldol-Reaktion machen und damit durch Anwendung des Zimmermantraxler-Übergangszustands auch ganz hervorragend vorhersagen, wie die beiden Stereozentren relativ zueinander ausgerichtet werden müssen. Und für 1,4 Systeme und 1,3 Systeme, haben wir eben schon mal angedeutet, bietet sich natürlich die Rausch-Allulierung an, um dann weiter zu funktionalisieren. Natürlich kann ich auch das A2- und das D2-Synton miteinander kombinieren, um ein 1,4 System zu bauen. Also, das ist, sagen wir mal, schon mal so ein Grundsatz an Werkzeugen für ihren Chiralen oder asymmetrischen Synthese-Baukasten. Und aus dem, würde ich sagen, picken wir uns doch einfach mal als Werkzeug hier dieses Reagenz raus, um unser Stereozentrum zu machen. Also, das heißt, wir können ja schon mal hier oben markieren, machen wir das doch mal grün. Und hier, irgendwie in dem Bereich, wollen wir eine Evans-Aldol-Reaktion machen. Dann müssen wir uns irgendwas überlegen, um den 7-Ring zu machen. Das heißt, da können wir ja mal überlegen, wie kann man solche 7-Ringe gut herstellen. Da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, wenn Sie ein Ringsystem haben, den Schnitten neben dem Heteroatom zu machen. Das heißt, wir könnten hier versuchen, diesen Ring ganz klassisch SN2-mäßig zu schließen. Da haben wir allerdings das Problem, dass da natürlich eine Konkurrenz zwischen dem Ringschluss und der Polymerisation gibt. Das kann man dabei bestimmt irgendwie unterdrücken. Aber dann hätten wir noch ein weiteres Problem, nämlich die Ausbildung dieses Z-Alkens hier. Da könnte man natürlich eine Wittig-Reaktion machen. Aber wir haben auch eine Methode kennengelernt, die es erlaubt, Ringe zu machen unter Ausbildung eines Alkens. Und das ist die sogenannte Olifin-Metathese. Und die hätte hier einen ganz entscheidenden Vorteil. Denn wenn wir hier das hier mit einer Olifin-Metathese machen würden, dann hätten wir den Vorteil, dass der Ringschluss uns direkt die richtige Stereochemie mitliefert. Denn in so einem Ringsystem, wenn das jetzt nicht zu groß ist, und bei einem 7-Ring klappt das noch so halbwegs, da sind natürlich die beiden Substituenten, die Teil des Rings sind von der Doppelbindung, quasi auf einer Seite der Doppelbindung fixiert. Das heißt, da ist die Z-Konfiguration so bevorzugt, dass man hier davon ausgehen kann, bei der Olifin-Metathese bevorzugt das Z-Olefin zu machen. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen überlegen, wie machen wir das denn jetzt in welcher Reihenfolge? Machen wir erst hier oben den Rest dran und bauen da unser Stereozentrum auf. Oder machen wir hier unten den Ring zu mit unserer Olifin-Metathese. Wenn wir nochmal auf unsere Übersicht gehen, sehen wir, damit wir hier alkülieren können, brauchen wir hier eine Verbindung zu dem Evans-Auxiliar im Oxidationsgrad 3. Das heißt, wir brauchen ein sogenanntes Evans-Imit. Und dementsprechend hieße das, dass wir hier das rote Kohlenstoffatom in irgendeiner Weise im Oxidationsgrad 3 vorliegen haben müssten. Das würde sich natürlich auch anbieten, wenn wir hier den Oxidationsgrad 3 hätten und den möglichst lange beibehalten, weil dann hätten wir nämlich das Problem, dass wir das freie Amin mit seinem basischen freien Elektronenpaar haben, hätten wir ausgeknipst. Denn wenn wir hier an dem Kohlenstoffatom eine Karbonylgruppe hätten, dann würde das uns dafür sorgen, dass dieses basische Amin uns nicht als nukleophil, als reaktive Stelle irgendwo anders dazwischen vorliegt. Das heißt, das würde sich dann ja vielleicht anbieten, das als allerletztes rauszuholen. Okay, auf Basis dieser Überlegung können wir jetzt einfach mal eine retrosynthetische Analyse formulieren. Das heißt, uns nervt dieses Amin mit seinem freien Elektronenpaar. Das heißt, das wäre gut, das erstmal loszuwerden. Da wir hier oben eh den Oxidationsgrad 3 brauchen, macht es Sinn, das Ganze doch einfach über ein Lactam zu machen, also über ein zyklisches Amin. Das heißt, wir beginnen einfach mal mit einer FGI, einer Functional Group Interconversion, wo wir hier oben erst einmal ein Amin machen. Da sind wir dann auch gleich im richtigen Oxidationsgrad, um hier in irgendeiner Art und Weise das Erwäses-Auxiliar einzubauen. Als nächstes müssen wir uns natürlich darüber Gedanken machen, wie machen wir jetzt weiter. Und da haben wir gesagt, es ist total sinnvoll, quasi den Ringschluss über die Olefin-Metathese zu machen. Und das heißt, da wir an dem Kohlenstoffatom, das wir eben verändert haben, also hier unserem Kohlenstoffatom-Oxidationsgrad 3, irgendwie das chirale Auxiliar dran bauen wollen, müssen wir irgendwann diese Bindung hier zu dem Stickstoff spalten. Da wir das allerdings in der Synthese vor dem Ringschluss machen wollen, müssen wir in der Retrosynthese den Schnitt, also die Ringöffnung, vor der Umwandlung in das Evans-Auxiliar machen. Also das heißt, jetzt machen wir als nächstes hier einfach die Ringöffnung, also aus retrosynthetischer Sicht natürlich die Ringöffnung. Und dementsprechend kämen wir dann zu einem solchen Metathese-Vorläufern. Sie erinnern sich, bei der Metathese-Reaktion kann man wunderbarerweise einfach zwei Alkene miteinander umsetzen und unter Abspaltung dieser beiden Kohlenstoffatome, die werden dann zu Ethen, wird dann der Ring gemacht. Super Sache. So, und jetzt müssen wir natürlich irgendwie hier oben unsere Operation an dem Stereozentrum vorbereiten. Das heißt, wir müssen hier irgendwie das chirale Auxiliar dran bauen. Naja, dann macht es natürlich Sinn, einfach hier das ganze Amin abzuschneiden. Das heißt, damit haben wir das Molekül auch gleichzeitig weiter vereinfacht. Wir schneiden hier neben unserem, ich sag mal, roten Kohlenstoffatom und erhalten dann auf der einen Seite ein Edukt, das wir ohne weiteres kaufen können, nämlich Allylamin. Und auf der anderen Seite, ich sag mal, irgendwas im Oxidationsgrad 3, das hier in Alpha-Position dieses Stereozentrum hat. Und da müssen wir natürlich als entsprechenden Vorläufer, weil wir ja eine Evans-Aldul-Reaktion machen wollen, hier an dieser Stelle das Evans-Auxiliar anbauen. Das heißt, das hier machen wir aus dem entsprechenden Addukt mit dem Evans-Auxiliar. Und da zeichne ich jetzt einfach mal das hin, was man zum Beispiel aus Elvalin machen könnte. Und jetzt haben wir im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie wir dieses Stereozentrum aufbauen. Entweder wir schneiden hier und führen die Methylgruppe, zum Beispiel mit Methyl-Judid, ein. Oder wir schneiden hier an der anderen Stelle und führen die Allylgruppe als zum Beispiel Allylbromid ein. Beides wäre erstmal theoretisch möglich. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wir wollen ja auch die richtige Konfiguration an diesem Stereozentrum machen. Also müssen wir uns mal ein bisschen darüber Gedanken machen, wie denn das Evans-Auxiliar diese Alkylierung beeinflusst. Und dafür malen wir uns einfach mal das Enolat hin, was hierbei gebildet wird. Wir erinnern uns, bei Aminen und Konsorten wird bevorzugt das OZ-Enolat gebildet. Stichwort Island-Modell. Hier unten haben wir zwei Reste dran, die sorgen dafür, dass die 1,2-Wechselwirkungen ganz furchtbar groß werden und das bevorzugt die 1,3-Wechselwirkungen in Kauf genommen werden. So, und da haben wir jetzt einmal die Variante, dass wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen hier den blauen Schnitt machen, brauchen wir noch den Allylrest hier unten dran. Dann hätten wir dieses Molekül. Oder als Alternative, wenn wir den anderen Schnitt machen wollen, müssen wir da unten natürlich noch die Methylgruppe dran haben. Und auch die wird natürlich bevorzugt im Sinne eines OZ-Enolates gebildet. Und jetzt können wir uns hier mal überlegen, was kriegen wir raus, wenn wir die entsprechenden Elektrophiele draufwerfen. Im einen Fall wäre das, wie gesagt, das Methyljudit zum Beispiel. Und im anderen Fall brauchen wir irgendein Bromid oder Judit, also ein Allylierungsmittel. Nehmen wir meinetwegen Allylbromid. Und die würden dann hier jeweils mit den Enolaten unter Ausbildung eines neuen Stereozentrums reagieren. Das heißt, im Prinzip, wir addieren das Kohlenstoffelektrophil an diese nukleophile Doppelbindung. Und für die Addition an nukleophile Doppelbindungen haben wir ein Modell kennengelernt, das es uns erlaubt, Vorhersagen zu machen, wenn wir hier in der Nähe der Doppelbindung irgendwelche Stereozentren haben. Wenn wir ein Stereozentrum hier hätten, haben wir das sogenannte Hauptmodell kennengelernt. Beim Evans-Auxiliar ist es aber sogar noch einfacher. Denn wir haben das große Glück, der Kohlenstoff ist sp2, der Kohlenstoff ist sp2, der Stickstoff hier ist sp2, der ist sp2, der ist sp2. Hier oben haben wir eine Brücke über lauter sp2-hybridisierte Atome. Hier unten haben wir auch eine Brücke über drei sp2-hybridisierte Atome. Das heißt, dieser ganze Molekülteil hier, der ist flach wie eine Flunder. Das heißt, dieses Molekül teilt, so wie es gezeichnet ist, die Welt in zwei Halbräumen. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Halbräumen ist, in dem vorderen Halbraum ist halt diese Isopropylgruppe und in dem hinteren Halbraum ist halt nur ein kleines, mickriges H-Atom. So, und wenn Sie jetzt so ein Elektrophil wären, aus welchem Halbraum würden Sie lieber kommen? Da, wo das kleine H-Atom ist, da haben Sie viel Platz. Oder da, wo die dicke Isopropylgruppe ist, da müssten Sie sich durchboxen. Da kommen Sie natürlich lieber aus dem Halbraum, wo Sie ordentlich Platz haben. Das heißt, hier in dem Fall würde die Methylgruppe von hinter der Bildschirmebene kommen. Und unter Abspaltung von Lithium-Iodid würde dann dieses Produkt gebildet werden. Die gleichen Überlegungen können wir natürlich auch hier anstellen, nur dass jetzt statt dem Methyl-Iodid das Allylbromid von hinter der Bildschirmebene kommt. Und wenn Sie sich die beiden Moleküle mal anschauen, was wir im Prinzip gemacht haben, dadurch, dass wir jetzt hier quasi in unterschiedlicher Reihenfolge einmal erst den Allylrest und einmal erst den Methylrest an dem Molekül dran haben, haben wir quasi durch die Alkülierung die beiden Reste hier miteinander vertauscht. Das heißt, wir haben quasi die Konfiguration an dem hier grün gezeigten Stereozentrum einmal so rum und einmal so rum ausgebildet. Und das ist das Coole, wenn wir neue Stereozentrum durch Alkülierung von so einem Evans-Auxiliar erzeugen. Je nachdem, in welcher Reihenfolge wir die Alkülierung benutzen, können wir mit dem gleichen Auxiliar entweder das eine oder das andere Diastereomere machen. Wichtig, wir machen hier zwei unterschiedliche Diastereomere. Denn auch wenn Sie hier an diesem Stereozentrum, das ich hier grün hervorgehoben habe, die Konfiguration umgedreht haben, hat natürlich das chirale Auxiliar auch noch ein Stereozentrum. Deshalb haben Sie es hier mit zwei Diastereomeren zu tun. Erst wenn Sie das chirale Auxiliar abspalten, dann haben Sie insgesamt eine enantio-selektive Sequenz. Aber der Schritt, der hier ausgeführt wird, ist diastereoselektiv. Okay, das heißt, jetzt müssen wir uns überlegen, welches dieser beiden Reagenzchen brauchen wir denn, um hier das rauszubekommen, was wir haben wollen. Naja, das ist jetzt natürlich ein bisschen anders hingezeichnet hier. Hier guckt die Methylgruppe nach oben und der Allylrest nach unten. Das wäre quasi hier der Fall. Methylgruppe guckt nach oben, Allylrest guckt nach unten. Aber der guckt nach unten hinten, soll aber nach unten vorne gucken. Naja, das heißt, da das hier die entsprechende andere Konfiguration ist, muss das das Richtige sein. Und auch wenn Sie sich vorstellen, Sie drehen das einmal hier um 180 Grad. Stellen Sie sich einfach vor, Sie drehen hier um den orangenen Pfeil. Dann guckt halt die Methylgruppe nach vorne und der Allylrest nach unten. Okay, also das heißt, das hier wäre der Weg, den wir gehen wollen. Und das bedeutet für unsere retrosynthetische Analyse, wir machen den blauen Schnitt und nicht den goldenen. Und jetzt müssen wir uns noch irgendwie überlegen, wie wir hier das Evans-Auxiliar da dran bekommen. Und da können wir natürlich einfach hier noch einen letzten retrosynthetischen Schnitt machen. Ganz klasse Schnitt neben der Heteroatom. Dann komme ich entsprechend zu zwei Vorläufern, nämlich einmal dem Evans-Auxiliar und auf der anderen Seite meinetwegen dem entsprechenden Säurechlorid. Und das ist was, das können wir kaufen. Gut, damit haben wir auch eine ganz schöne Retrosynthese hier, die wir jetzt in eine vorwärtsgerichtete Synthesequenz umsetzen können. Und das heißt, wir beginnen hier mit unserem Carbonsäure-Derivat. Und aus diesem Carbonsäure-Derivat, da nehmen wir einfach direkt das Carbonsäurechlorid. Und aus dem Carbonsäurechlorid können wir dann unter Zugabe des Evans-Auxiliars, am besten eines Salzes des Evans-Auxiliars, zum Beispiel das Lithiumsalz. Das kann man mit einer Base wie meinetwegen Bully machen, hier das entsprechende Evans-Emit. Mich verwirren lassen, ich habe jetzt hier didaktisch vielleicht nicht ganz so optimal das Stereozentrum einmal so rum, einmal so rum gezeichnet. Das liegt aber daran, dass ich das Molekül einmal um 180 Grad gedreht habe. Also da jetzt nicht verwirren lassen von. Gut, was passiert als nächstes? Wir müssen in irgendeiner Art und Weise hier an unserer Alpha-Position das Enolat erzeugen. Das machen wir mit LDA, schöne, sterisch anspruchsvolle Base. Und was wichtig ist, wir müssen das Ganze bei tiefen Temperaturen machen, denn wir wollen ja bevorzugt das OZ-Enolat erzeugen. Also minus 78 Grad Celsius, das ist mal so die Temperatur, die tiefe Temperatur, die der organische Chemiker gerne nimmt, weil das kann man einfach mit Aceton und Trockeneis recht leicht erzeugen. Dann schmeißen wir als zweites das Elektrophil unseres Vertrauens drauf. Das wäre hier in dem Fall das Methyliodid. Und dann haben wir schon unser Stereozentrum aufgebaut. Ich zeichne jetzt einfach mal die Konformation hin, die dann direkt das Molekül so ausregnet, wie das, was wir zum Schluss haben. Das hilft Ihnen hoffentlich zu sehen, dass wir jetzt hier schon den rechten Teil des Moleküls nahezu fertig gebaut haben. Das heißt, wir müssen hier jetzt irgendwie den linken Teil dran bauen und dafür müssen wir irgendwie eine Bindung zwischen unserem Kohlenstoffatom, das hier sitzt, und dem Stickstoffatom machen. Naja, man könnte jetzt sagen, okay, wir nehmen das Stickstoffatom von dem Evans-Emit, aber dann muss ich irgendwie versuchen, dieses Evans-Emit abzubauen. Viel sinnvoller ist es, wenn ich das ganze Evans-Auxiliar absperlte, denn das kann ich ja ohne weiteres mit einer halbwegs anständigen Base machen. Ich schreibe jetzt einfach mal hier NaOH drauf. In der Realität nimmt man da manchmal noch so ein bisschen H2O2 dazu, weil das ein besseres Nukleophil ist. Aber mir ist erstmal wichtig, dass Sie hier wissen, okay, das ist ein Carbonsäure-Derivat, mit dem kann man eine basische Esterspaltung machen. Und dann müssen Sie einfach noch eine entsprechende acidifizierende Aufarbeitung machen. Da haben wir uns drauf geeinigt. Kann man drauf schreiben H plus H2O. Und dann kämen wir hier zu der entsprechenden Carbonsäure. So, aus der Carbonsäure wollen wir jetzt hier irgendwie den linken Teil des Moleküls entsprechend fertig bauen. Da würde es natürlich Sinn machen, jetzt hier das Allylamin einzubauen. Und wenn Sie da Allylamin einsetzen, wollen Sie ja daraus ein Amid machen. Und da haben wir, um Amide zu machen, eine sehr schöne Klasse von Reagenzien kennengelernt, im ersten Kapitel dieser Vorlesung, nämlich die Peptidkupplungsreagenzien. Da könnte man hier das sogenannte DCC, die Zyklohexylcarbodi, mit einsetzen. Was bekommen wir dann? Wir bekommen ein Molekül, das schon sehr ähnlich dem aussieht, was wir am Ende haben wollen. Wir haben hier alle C-Atome, die wir haben wollen. Hier oben ist unser rotes C-Atom. Hier das grüne C-Atom. Da haben wir unser neues Stereozentrum aufgebaut. Und zwischen diesen beiden, ich nenne es mal lila C-Atomen hier, da wollen wir jetzt noch eine CC-Bindung ausbilden. Und was müssen wir noch machen? Wir müssen hier oben irgendwie diese Carbonylgruppe loswerden. Das haben wir gesagt, machen wir ganz zum Schluss. Das heißt, erst machen wir jetzt die CC-Bindung und da machen wir eine Olefin-Metathese. Und da benutzen wir einen der sogenannten Grubbs-Katalysatoren. Da haben wir den Grubbs-1-Katalysator kennengelernt. Den könnte man dafür mal versuchen. Und was wir dann erhalten, ist unter Abspaltung von Ethen erhalten wir den entsprechenden Heterozyklus. Das Gute ist, wir haben jetzt quasi bis zum Schluss das Amin, das hier drin sitzt, quasi entschärft gehabt. Wir haben ja hier an dieser Position noch unser Stickstoffatom, das zum Schluss als Amin mit seinem freien Elektronenpaar hier vorliegen soll. Dieses freie Elektronenpaar haben wir jetzt quasi durch die benachbarte Carbonylgruppe schön durch Mesomeriestabilisierung entschärft. Dadurch, dass wir hier quasi das Amin die ganze Zeit hatten, hat uns das Amin nicht gestört. Jetzt müssen wir quasi nur noch das Amin loswerden und alles, was wir dafür machen müssen, ist das Amin oder besser gesagt das Lactam. Ein zyklisches Amin ist ein Lactam. Das müssen wir jetzt nur noch reduzieren. Und da nehmen wir einfach das starke Reduktionsmittel unseres Vertrauens, Lithium-Aluminiumhydrid, LAH. Und dann eine wässrig basische Aufarbeitung, also H+, Schrägstrich H2O. Und damit haben Sie Ihr Molekül in trockenen Tüchern. Wie gesagt, da sind so ein paar Schritte drin. Da habe ich jetzt, sagen wir mal, sehr vereinfachte Reagenzien benutzt. Wahrscheinlich macht es hier Sinn, einen der fortgeschrittenen Grubz-Katalysatoren zu nehmen. Sie können sich ja wahrscheinlich denken, wo es Grubz 1 gibt, gibt es auch noch den Grubz 2-Katalysator. Und wie gesagt, hier oben das NaOH, diese Hydrolyse, da gibt es manchmal gesonderte Bedingungen. Aber das Wichtige ist, dass Sie nach dieser Vorlesung in der Lage sein müssen, sich so eine Synthese auszudenken. Sie müssen wissen, es ist möglich, grundsätzlich hier ein solches Carbonsäure-Derivat zu einer Säure zu spalten. Denn das ist nichts anderes als eine funktionelle Gruppenumwandlung im Oxidationsgrad 3. Manchmal braucht es dann vielleicht was anderes als NaOH und warm machen. Aber das sind dann spezialisierte Reagenzien. Das Gute ist ja, Sie sind ja auch nicht die erste Person, die ein Evans-Auxiliar einsetzt. Da können Sie dann einfach mal in die Literatur gucken. Denn das ist auch noch eine ganz wichtige Take-Home-Message. Habe ich am Ende von der Vorlesung gesagt. Mein Postdoc-Supervisor hat immer gesagt, einen Monat im Labor spart einen Tag in der Bibliothek. Es ist natürlich total wichtig, sich ein bisschen noch umzusehen. Was haben andere Leute denn da schon gemacht? Und das Schöne ist, mit modernen Literatur-Such-Tools wie Sci-Finder haben Sie heute natürlich die Möglichkeit, direkt sich auch Reaktionsbedingungen und eine Vorschrift rauszusuchen. Für Reaktionen, die vielleicht so ähnlich verlaufen wie das, was Sie machen. Denn auch wenn Sie vielleicht der Erste sind, der diese Umsetzung hier durchführen würde, aber ein Evans-Auxiliar an einem Molekül, wo hier kein Allylrest, sondern irgendwas anderes dranhängt, abgemacht, das hat bestimmt schon mal irgendwer. Und so viel anders wird Ihr Molekül dann auch nicht reagieren. Ja, also das heißt, in der Klausur ist mir wichtig, dass Sie so die grundsätzlichen Bedingungen dann da formulieren können. Und auch für Ihr späteres Leben ist es wichtig, dass Sie wissen, dass es diese Methoden gibt. Und wenn Sie da erstmal die Basiswerkzeuge in Ihrem Werkzeugkasten haben, ist das schon gut. Gut, in diesem Sinne, danke und auf Wiedersehen.